Hallo Leute, ähm, ja, ähm, dieses Video ist jetzt nur an Leute, die einen Brickforce-Key übrig haben. Und zwar, ähm, hab ich vor kurzem durch Gamestar, ähm, das Spiel Brickforce entdeckt. Und ich hab mich jetzt schon registriert und alles mögliche und so weiter und so fort. Äh, jetzt ist das Problem aber, äh, dass ich jetzt schon ein bisschen länger warte und, äh, hab jetzt halt kein Key. Und ich würde das Spiel so gerne explainen, weil ich es einfach richtig geil finde. So eine Mischung aus Minecraft und Counter-Strike, COD, Battlefield 3, boah, keine Ahnung. Ähm, und ja, äh, das Problem ist jetzt halt, ich hab kein Key. Leute, die vielleicht noch Keys übrig haben, da gibt's ja noch genügend. Äh, die treffen hoffentlich auf dieses Video und ich würde, äh, mich sehr freuen, wenn, ähm, wenn ich ein Key von euch bekommen würde, weil das wäre richtig geil. Und, ja, wer weiß, äh, ich würde euch auf jeden Fall persönlich danken und, ähm, vielleicht könnte man ja mal zusammen Brickforce zocken, so. Ich meine, wenn ihr ein Headset, äh, ja, Headset habt und Skype habt, dann könnten wir auch zusammen mal Brickforce zocken. Äh, das Problem ist halt leider nur, dass ich kein Key hab. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Das ist halt Brickforce. Und, ja, genau. Ich muss mich erst, ich muss erst hier einen Key eingeben. Und, ich hab leider kein Key. Das ist das Problem. Hier ist nochmal die offizielle Seite. Ich höre mich grad richtig gay an, aber das macht nichts. Gut, ich verabschiede mich und bedanke mich an den oder diejenige, von denen ich vielleicht einen Key gesponsert bekomme. Ähm, ja. Ich danke schon mal und ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Macht's gut. Tschö.